Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutsche Einheit soll nach Auffassung der Bundesregierung in der angestrebten Vertragsgemeinschaft mit der DDR als Ziel festgeschrieben werden. Vor dem Bundestag in Bonn bezeichnete heute Kanzleramtsminister Seyders das vorgesehene Vertragswerk als ersten Schritt auf dem Weg zu konföderativen Strukturen, die schließlich in eine bundesstaatliche Ordnung führen sollten. Seyders reist kommenden Donnerstag erneut nach Ost-Berlin, um den für Februar vorgesehenen Bonn-Besuch von Regierungschef Modrow vorzubereiten. Über die Debatte berichtet Gerta Pelletier. Am Anfang stand ein Verfahrenstrick. Statt Regierungserklärung zur Deutschlandpolitik nur Debatte. Das verhinderte einen Oppositionsantrag, erneut über die polnische Westgrenze abzustimmen. Stattdessen Neubestimmung des Begriffs Vertragsgemeinschaft. Die Vertragsgemeinschaft darf nach unserem Verständnis also nicht als Festschreibung eines bestimmten Zustandes, namentlich der Teilung, verstanden werden. Sie ist Durchgangsstation im Rahmen eines organischen Prozesses, der im Sinne des Zehn-Punkte-Programms des Bundeskanzlers vom geregelten Nebeneinander über ein wirkliches Miteinander in Deutschland zur Einheit führen soll. Die spätere Einheit gab SPD-Chef Vogel zu, sei eine Hoffnung auch in der DDR. Aber nur sofortige Hilfen könnten die Menschen drüben zum Bleiben bewegen. Natürlich hängt hier sehr vieles von dem ab, was in diesen Tagen und Wochen in der DDR geschieht. Aber auch wir hier in der Bundesrepublik müssen alles tun, um diese beiden Hoffnungen, die ich genannt habe, zu stärken. Aber von diesen Sofortmaßnahmen wird es entscheidend abhängen, wie viele Menschen am 6. Mai noch in der DDR sind und wie viele dann dort bleiben. Derzeit täglich 2000 Übersiedler und die Probleme, hüben wie drüben, beschäftigten viele Redner. Wenn die Menschen auf einem Schiff alle auf eine Seite treten, dann geht dieses Schiff unter. Das gilt für die Situation in Deutschland. Und deswegen fordern wir Sie auf, helfen Sie uns bei dem unzweideutigen Kampf für die staatliche Einheit, für den Rechtsstaat, für die soziale Marktwirtschaft in der DDR, damit die Freiheit und der Wohlstand nach Dresden kommen kann und nicht länger die Dresdner in die Freiheit fliehen müssen. Der Appell, den Menschen in der DDR die Hoffnung zu geben, mit der sie in ihrer Heimat bleiben können, zog sich als roter Faden durch viele Reden. Doch es blieb beim Appell. Die große Stunde in dieser für beide deutschen Staaten schwierigen Zeit war die heutige Bundestagsdebatte ohne ein Wort des Bundeskanzlers wirklich nicht. Über allzu lange Strecken geriet sie zum Wahlkampfauftakt 1990. Und das war, so meinen viele Beobachter heute Abend, nicht nur schade, sondern auch ein böses Omen. DDR-Ministerpräsident Modrow hat sich heute der Rückendeckung seiner Koalitionspartner versichert. Auf einer Sitzung des Ministerrats in Ostberlin erklärten nach Angaben von Regionssprecher Mayer, Liberaldemokraten, Nationaldemokraten und Bauernpartei ihre Bereitschaft, im Kabinett bleiben zu wollen. Die Führung der DDR-CDU will morgen eine Entscheidung treffen. Die gestrige Ankündigung von Generalsekretär Kirchner, seine Partei wolle die Regierung Modrow bald verlassen, ließ Parteichef de Maizière heute als ungedecktes und verfrühtes Vorpreschen zurückweisen. Beschlossen wurde vom Ministerrat, das politische Strafrecht in der DDR weitgehend abzuschaffen. Auch gewaltloser Widerstand dürfe nicht mehr kriminalisiert werden. Bei den Gesprächen am runden Tisch in Ostberlin wurde heute mehrheitlich ein Rederecht für die Opposition in der DDR-Volkskammer gefordert. Das Gremium beschloss ferner die Bildung eines Medienkontrollrats und verlangte Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit. Zudem forderte der runde Tisch, den früheren Staats- und Parteichef Krenz von der Schweigepflicht zu entbinden, damit er am kommenden Montag zur Verflechtung zwischen SED und Staatssicherheit Rede und Antwort stehen kann. Das ehemalige SED-Politbüro-Mitglied Axen ist nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion wegen Amtsmissbrauchs verhaftet worden. Der 73-Jährige hatte sich in Moskau einer Augenoperation unterzogen. Mit Axen sind jetzt acht frühere Politbüro-Mitglieder in Haft. Im Ermittlungsverfahren gegen Erich Honecker sowie gegen die einstigen Spitzenpolitiker Mielke und Mittag hat die Staatsanwaltschaft Dokumente und Unterlagen des früheren Politbüros beschlagnahmt. Bundesumweltminister Töpfer besichtigte zum Abschluss seines dreitägigen Besuchs in der DDR das Atomkraftwerk Lubmin bei Greifswald im Bizzirk Rostock. Das seit 1973 betriebene Kraftwerk entspricht nicht westlichen Sicherheitsstandards und soll so möglich nachgerüstet werden. Eine deutsch-deutsche Kommission wird nächste Woche zusammentreffen, um Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Dem Atomkraftwerk fehlen ein Kühlsystem sowie die äußere Schutzhülle. Es liefert ein Zehntel des Stroms der DDR. Nach Gesprächen in Ost-Berlin mit Vertretern von Wirtschaft und Opposition hat Arbeitgeberpräsident Murmann den Unternehmern in der DDR Unterstützung zugesichert. Als erster Schritt sei eine Kontaktstelle in West-Berlin gegründet worden, so Murmann heute vor der Presse. Die Verantwortlichen in der DDR forderte er auf, das Land für Investoren zu öffnen. Und wer diese Position duldet, der koppelt sich eben von der Weltwirtschaft ab. Wir waren uns einig, dass im Interesse der Bevölkerung in der DDR die jetzt Verantwortlichen ihre Vorbehalte gegen eine ordnungspolitische Umgestaltung der Wirtschaft endlich und total aufgeben müssen. Die zögernden Schritte der jetzigen nicht legitimierten DDR-Regierung genügen bei weitem nicht. Murmanns Gesprächspartner Wolfgang Schnur vom demokratischen Aufbruch betonte anschließend die Notwendigkeit schneller wirtschaftlicher Reformen in der DDR. Wir verhindern wollen, dass weiter tagtäglich über tausende Menschen die DDR verlassen. Dann müssen wir jetzt überzeugende, bereits praktikable Konzepte anbieten. Hier heißt es ganz entscheidend, auch der Regierung, sagen wir, das Handeln mit aufzudiktieren, nicht zu warten, bis dies oder jenes geregelt ist. Sondern die Arbeits- und Lebensbedingungen der privat-, kleinen- und mittelständischen Betriebe müssen so verbessert werden, dass hier die Anzeichen gesetzt sind. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat wegen des andauernden Bürgerkrieges in den Kaukasusrepubliken eine Teilmobilmachung angeordnet. Die Reservisten sollen, wie Verteidigungsminister Jasow erklärte, die Einheiten in der Region auf Kriegsstärke bringen und die weitere Verlegung von Truppen ermöglichen. Insgesamt 11.000 Mann, Truppen des Innenministeriums, des Geheimdienstes KGB und der Armee sind bisher zusätzlich in das umkämpfte Gebiet geschickt worden. An der Grenze zwischen den verfeindeten Republiken blieb die Lage trotzdem gespannt. Mehr als 20.000 Armenier haben sich freiwillig gemeldet, vor allem um Angriffe auf Siedlungen entlang der Grenze abzuwehren, aber auch für Auseinandersetzungen in anderen Landesteilen. Die armenische Nationalbewegung soll, wie es heißt, mit dem Aufbau einer Nationalarmee begonnen haben. Seit dem vergangenen Wochenende sind mindestens 66 Menschen getötet und 220 verletzt worden. Auch heute gab es wieder Tote. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat bei einer Wirtschaftsversammlung im Kreml die Maßnahmen der Moskauer Führung verteidigt. Er sagte, Ausnahmezustand und Schießbefehl seien notwendig, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Ebenso wie in der CSSR wird jetzt auch in Ungarn und Polen die Forderung nach einem Abzug aller sowjetischen Truppen erhoben. Staatssekretär Somerj vom ungarischen Außenministerium sagte heute, schon in Kürze würden darüber Gespräche mit Moskau aufgenommen. In Polen hat Arbeiterführer Wawensa einen Abzug aller sowjetischen Streitkräfte noch in diesem Jahr gefordert. In einem Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter Browikow meinte Wawensa, dies sei eine der Bedingungen, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern völlig neu zu ordnen. Die rumänische Übergangsregierung hat die geplante Volksabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe und das Verbot der kommunistischen Partei abgesagt. Zur Begründung hieß es heute in Bukarest, die Entscheidung über das Referendum sei unter dem Druck von Demonstranten und überstürzt getroffen worden. Der frühere bulgarische Staats- und Parteichef Schiffkopf ist verhaftet worden. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur hat die oberste Staatsanwaltschaft gegen ihn Untersuchungen wegen Bereicherung, Amtsmissbrauchs und Aufwiegelung zum Völkerhass eingeleitet. Damit ist offenbar die Zwangseingliederung der in Bulgarien lebenden Türken gemeint. Schiffkopf war im November nach 35-jähriger Herrschaft entmachtet worden. Bundesaußenminister Genscher hat die bulgarische Führung aufgefordert, die Demokratisierung des Landes fortzusetzen. Dann seien eine engere Zusammenarbeit und der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen möglich. Das Treffen Genschers mit Staats- und Parteichef Madenov fand im Burgasch am Schwarzen Meer statt, weil Eis und Nebel die Landung in Sofia verhindert hatten. Genscher betonte, dass die bulgarische Opposition voll in den Demokratisierungsprozess einbezogen werden müsse. Anschließend traf er mit Vertretern von vier Oppositionsgruppen zusammen. Der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt befürchtet, dass die Entwicklungshilfe künftig zu kurz kommt. Zum Abschluss einer von ihm geleiteten Tagung der Nord-Süd-Kommission in Bonn appellierte Brandt an den Westen, über die Hilfe für die Reformstaaten Osteuropas nicht die dritte Welt zu vergessen. So dringend der Aufbau im Osten auch sei, so verhängnisvoll wäre es, wenn sich dies auf die armen Länder auswirken würde. Andererseits, so sagte Brandt, könne die Entspannung zwischen Ost und West Rüstungsgelder freisetzen, die den Entwicklungsländern zugutekommen könnten. Bei den Tarifverhandlungen über höhere Zulagen im öffentlichen Dienst gibt es noch keine Annäherung. Die ÖTV-Vorsitzende Wulf Mattis verlangt für alle Arbeiter und Angestellten eine Anhebung der Zulagen auf 200 Mark. Bislang werden im einfachen und mittleren Dienst 67, im gehobenen Dienst 100 Mark gezahlt. Die Gewerkschaftsvertreter verweisen auf die gute Konjunkturlage. Die öffentlichen Arbeitgeber um Innenminister Schäuble halten die Forderungen für zu hoch und haben noch kein Angebot gemacht. Ein Urteil zur Arbeitszeit im öffentlichen Dienst hat heute das Bundesarbeitsgericht in Kassel gefällt. Danach beginnt die Arbeitszeit mit dem Betreten des Dienstgeländes und endet, wenn es der Arbeitnehmer verlässt. Hier im Katharinen-Hospital in Stuttgart begann der Rechtsstreit, der heute vom Bundesarbeitsgericht endgültig entschieden wurde. Strittig war, wann die Arbeitszeit beginnt. Zählt die Zeit schon beim Betreten des Krankenhausgeländes oder erst dann, wenn Schwestern und Pfleger auf den Stationen ihre Arbeitsplätze erreichen? Die Wegezeit von der Pforte zur Station beträgt in diesem Krankenhaus zum Beispiel inklusive der Zeit zum Umziehen hin und zurück 15 Minuten. Das Bundesarbeitsgericht entschied heute zugunsten der Beschäftigten. Für alle Angestellten des öffentlichen Dienstes beginnt die Arbeitszeit ab sofort beim Betreten des Geländes der Arbeitsstelle, also schon an der Pforte. Dies, weil im Bundesangestellten-Tarifvertrag im entsprechenden Passus von Arbeitsstelle und nicht vom Arbeitsplatz die Rede ist. Bei den Krankenhäusern schlug das heutige Urteil ein wie eine Bombe. Die Personalchefin der städtischen Kliniken in Kassel, in denen 2500 Menschen beschäftigt sind. Jeweils zwei Minuten kosten eine halbe Million Mark. So vereinfacht kann man das, wenn man ein mittleres Einkommen zugrunde legt in unserem Hause heute sagen. Ein schwerer Schlag muss ich gestehen, insbesondere für die Kostenträger, die unseren laufenden Betrieb finanzieren. Und wir werden jetzt für dieses Jahr nachverhandeln müssen, um dieses Geld, das wir nicht haben, zu bekommen. Erste Hochrechnungen haben ergeben, dass allein auf Krankenhäuser und Pflegeheime zusätzliche Kosten in Höhe von mehreren hundert Millionen Mark zukommen. Diesen Betrag müssen die Kassen bezahlen. Und weil das heutige Urteil für alle Angestellten des öffentlichen Dienstes gilt, werden die Zusatzkosten insgesamt wohl die Milliardengrenze überschreiten. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 19. Januar. Über dem nördlichen Deutschland erkennt man meist nur geringe Bewölkung. Dagegen erstreckt sich ein zusammenhängendes Wolkenband von Spanien über Frankreich und die Mitte Deutschlands zum östlichen Mitteleuropa. Es kam im Tagesverlauf südwärts voran und wurde über dem Alpenraum schmaler. Die zugehörige Kaltfront zieht nach Südosten ab. Die auf ihrer Rückseite eingeflossene frische Meeresluft gerät im größten Teil Deutschlands unter Hochdruckeinfluss. Lediglich der äußerste Norden wird von der Warmfront eines atlantischen Frontensystems gestreift. Die Vorhersage für morgen. Im äußersten Norden Durchzug stärkere Bewölkung und gelegentlich etwas Regen, sonst teils neblig trüb, teils heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Tiefstwerte im Norden um plus zwei, sonst null bis minus fünf, im Alpenvorland örtlich bis minus zehn Grad. Höchstwerte drei bis sieben Grad, bei anhaltendem Nebel und im Alpenvorland in Gefrierpunktnähe. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer, an der Küste auch starker Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten, am Samstag Durchzug starker Bewölkung, aber nur gelegentlich Regen, im höheren Bergland leichter Schneefall. Lediglich von den Gipfeln des Schwarzwaldes werden bis zu vier Zentimeter vom Bayerischen Wald zwischen 15 und maximal 25 Zentimeter Neuschnee gemeldet. In den Alpen ist nur geringer Neuschneezuwachs zu verzeichnen. So sind Talabfahrten kaum möglich. Gute Wintersportbedingungen trifft man erst oberhalb 2000 Meter Höhe an. Dort liegen zwischen 30 und 100 Zentimeter auf der Zugspitze 120 Zentimeter Pulverschnee. Am Wochenende kommt es in den Mittelgebirgen oberhalb etwa 800 Meter zu leichtem Schneefall, der aber zu keiner Verbesserung der derzeitigen Schneelage beiträgt. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin DDR und Umwelt, der Dreck, der in die Elbe fließt und Notstand in bundesdeutschen Krankenhäusern. Dreck, der in die Elbe fließt und Notstand in date seien. Dreck, der in der Elbe fließt und Notstand in den�楕ten Budget deepest wichtig. Dreck, der in den Frankreich von die Elbe fließt und Notstand in den Kontinent-udcidos,